Hallo Leute, wieder bei Nummer 1, auf meinem Account, Nummer 1 natürlich, ja ähm, ach ja, was ist denn in ein paar Tagen? Die Challenge, die Wasser-Challenge, die Flachwind-Challenge, mit Wasser in den Mund, oder, wenn man, also, einer sagt das vor, ja, und wenn man lacht, ne, ja, und ich wollte noch was sagen, wenn ihr eine Pizza-Challenge macht, gebt Daumen hoch und abonniert mich und schreibt mich an, ja, und wenn ihr, also wenn 1000 Daumen hoch kommen, dann machen wir die Challenge, oder, 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 ja, oder, du, äh, das ist ja nicht du, sondern ich, also Flachwind-Challenge wird auf jeden Fall kommen, ne, aber dann, ähm, machen wir vielleicht auch eine Bonbon-Challenge, mit den Bonbons, die so eklig sind, die nach Hundefutter schmecken, und so, ja, oder nach Zahn passen, nach Hundewittler, ach, egal, ja, da werden wir auf jeden Fall 6 Süßigkeiten nehmen, die nach Sorte aufstellen, aufstellen, und, ähm, wir haben einen Würfel, und wir würfeln, und wir dürfen uns alle Sachen nehmen, wenn wir zwei Sachen nehmen, ja, ein Bonbon halt, ne, ein ekliges, und dann geht das halt bei, ähm, das schönste, zum Beispiel Gummibärchen, ein Punkt, nächste zwei, bis sechs halt die Punkte, ja, dafür brauchen wir nur 5000, 5000 Klicks, wenn es überhaupt wird, bitte guckt das, bitte, 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 liebe euch, euer Daumen hoch,